Sie leiden also an einem Gefühl des Liebeskommens, der unbestimmten Sehnsucht und allgemeinen Hoffnungslosigkeit? Dann würde ich Ihnen empfehlen, jede Sekunde zählt von David Levithin, in dem man sich fühlt, als wäre man ein Teil eines größeren Ganzen, als würde irgendwann wirklich alles besser werden und als würde sich jede Entwicklung, die mal geschehen ist und die ins Negative gegangen ist, auch irgendwo in eine positive Richtung wiederführt. Die Geschichte verfolgt da mehrere Paare, die sich einander annähern, die sich schon ewig kennen oder die sich gerade vielleicht auch auseinander leben oder die schon getrennt sind und verfolgt dort ihre Geschichte, was sehr interessant zu lesen ist und sehr ans Herz geht. Kann ich also wirklich nur empfehlen und das jetzt bitte einfach eine Woche lang und dann geht's wieder weiter.